Senna Gemmer ganz in ihrem Element. Die 34-jährige Sängerin postete ihren 129.000 Facebook-Fans dieses Video. Das sieht ganz nach einer durchfeierten Nacht aus. Julia Siegel postete auf Facebook diese Hotelreservierung aus dem Amedia Hotel in Graz. Darauf zu sehen ist die Zimmerreservierung für Julius Caesar aus Rom in Italien und unterschrieben von Cleopatra höchstpersönlich. Cleopatra, äh Julia, freut sich schon auf Werbesendungen. Bald geht's in die neunte Runde für Heidi Klums Erfolgsshow Germany's Next Topmodel. Mit dabei ist wieder der Kreativdirektor Thomas Hajo und neu an ihrer Seite, Star-Designer Wolfgang Jo. Auf Facebook postete die Model-Mama dieses Foto und schreibt Habe viel Spaß mit meinen zwei Jungs. Das sieht man. Das Erotik-Model Michaela Schäfer trug diesen Schuh von Mark Hammer während ihres DJ-Auftritts auf einer High-Heel-Party und signierte ihn anschließend. Nun wird er für einen guten Zweck auf Ebay versteigert. Der Erlös kommt den wann-und-wo-Patenkindern in Österreich vor Radlberg zugute. Der Käufer bekommt einen original unterschriebenen Erotik-Kalender für 2014 und ein Autogramm. Wer der Glückliche ist, erfährt man in acht Tagen auf ihrer Facebook-Wall. Kim Gloss postete auf Facebook dieses Bild beim Malen mit einer kleinen Dame, die allerdings zu groß für Töchterchen Amalia ist. Wem diese Kinderhände gehören, verriet sie nicht. Und mit wem sie am gleichen Abend im kuscheligen Schlafanzug Sushi machte, auch nicht. Sie wünscht ihren Hatern zu diesem Bild aber viel Spaß beim Kommentieren. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.